Rayala am Flügel. Und Tor! Das ist das 1 zu 0 für den RAC Biel. Das ist das erste Powerplay-Tor der Bieler in dieser Saison. Es ist auch der erste Treffer von Tony Rayala in dieser Spielzeit. Und es war ein Knaller. Zuerst die Lancierung von Jako Venko und dann ein brutaler Slapshot. Tobias Stephan kommt mit seinem Arm nicht an die Scheibe heran, greift ins Leere. Ein Gewaltschuss. Peng! Das erste Goal für den K.H.Z. Das ist das 2 zu 0 für den RAC Biel. Rund zweieinhalb Minuten vor dem ersten Pausentee ist es Damian Brunner, der den ersten Saisontreffer realisiert. Es ist das 2 zu 0, zuerst der Schuss von Brunner und er versucht dran zu bleiben, lässt nicht lockern, schleicht sich hier zum Tor heran, übernimmt die Scheibe und lässt zwei Lausanne aussteigen. Zum einen Boson und zum anderen auch Goli Stephan. Da hat niemand bei Lausanne den Brunner. Da bringt dann die Befreiung nichts. Amir Ria versucht sich dann der Direktschuss von Gernath und das ist das Tor, das ist der Anschlusstreffer zum 1 zu 2. In der 22. Spielminute ist es Martin Gernath, der abzieht und die Scheibe verschwindet dann im gegnerischen Gehäuse. Der slowakische Verteidiger ist hier also der erste Saisontorschütze der Mannschaft aus Lausanne. Ria mit dem Zuspiel hier und dann der One-Timer, der fliegt an allen vorbei, auch an Goli van Potlberche, der die Schussabgabe nicht gesehen hat. Allerdings die Scheibe wird noch abgefälscht auf dem Weg ins Tor. Maia ist mit dabei, Sekac geht zum Tor, bekommt hier die Scheibe, lenkt sie rein und dann ist der Ausgleich. 2 zu 2. In der 33. Minute jubeln die Lausanne erneut. Vorhin wurde das 2 zu 2 annulliert und jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Hier ist die Sekac, der neue Tscheche mit dem ersten Tor für Lausanne. Ein schön vorgetragener Angriff, die Scheibe läuft, hier Emerton mit dem Pass auf Sekac und Jako Venko, der Bieler Verteidiger, hat seinen Gegenspieler nicht unter Kontrolle. Ja, Bande spielt er nach vorne, schön gespielt, Salinen, Tor, 3 zu 2. 50. Spielminute, wir haben einen neuen Spielstand, Biel geht mit 3 zu 2 in Führung. Jere Salinen ist der Torschütze, es ist sein erstes Tor für Biel und er hat zuvor schon 2 Tore vorbereitet. Er hat also bei jedem Treffer, der Bieler, bisher den Stock im Spiel gehabt. Das war eine knappe Angelegenheit an der blauen Linie in Sachen Offside, aber Salinen hat das cool gemacht. Zuerst die Pirouette und dann auch noch das Tor. Und die Lausanne sind nur Zuschauer. Eine schöne Einzelleistung von Salinen, der allerdings auch super lanciert wurde.